Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video habe ich drei Winteroutfits für euch. Und zwar sind das so, naja, einfach eine Idee für euch, was ich so im Winter trage, so ungefähr. Ich trage diese drei Outfits natürlich nicht den ganzen Winter durch. Ich trage natürlich auch was anderes, aber das ist quasi so einfach die Idee dahinter, was ich so trage. Und meistens ist es einfach so in dieser Kombination einfach andere Klamotten. Und ja, ich hoffe, das gefällt euch. Falls ihr noch andere Ideen habt, was ich noch für ein Video machen könnte, falls ihr einen speziellen Wunsch habt. Zum Beispiel, wie style ich mal gewisse Sachen oder so. Dann könnt ihr mir das in den Kommentaren da lassen und ich versuche dann ein Video dazu zu drehen. Ich hoffe, dieses Video gefällt euch. Und los geht's. Das hier ist das erste Outfit. Und zwar trage ich erstmal so ein Untershirt. Das ist von C&A. Und das ist so ein Thermoshirt. Es geht wirklich sehr warm. Dann der Pullover ist von Mango. Das ist so ein dicker Strickpulli. Die Jacke ist von Sarah. Die hat Lederärmel. Und ja, der Rest ist aus Stoff. Dann meine Leder-Leggings. Ebenfalls von Sarah. Und die sind halb Leder, halb Stoff. Und dann meine Boots sind ebenfalls von Sarah. Und dann sieht das so von der Seite aus. Und so von hinten, wie ihr sehen könnt, ist alles aus Stoff beim Mantel, nur halt die Ärmel sind aus Leder. Dann das zweite Outfit. Meine Jacke ist von Mason Scotch. Der Pullover ist von H&M. Das Cappy ist auch von H&M. So, die Hosen sind von Sarah. Ich glaube, die gibt's noch aktuell. Meine Schuhe sind solche Sneaker Wedges. Die habe ich mal in Bosnien gekauft. Und so sieht das von hinten aus. Die Jacke geht wirklich sehr, sehr warm. Und so ohne Jacke. Dann das nächste Outfit. Das Top hier ist von Sarah. Die Hosen sind auch von Sarah. Meine Stiefel sind auch von Sarah. Die sind oben solches Wildleder. Und unten sind sie so lackig. Der Mantel ist von Mango. Den gibt's gerade aktuell noch. Und der ist wirklich ziemlich günstig. Ich glaube, so 60 Franken. So sieht das dann aus. Und so ohne Mantel. Wirklich sehr, sehr simpel. Gibt aber warm, weil ich unten dieses Thermo-Shirt noch anhabe. Und ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Und freut euch auf mehr Fashion-Videos. Und bis zu meinem nächsten Video.